Dann habe ich hier mal in dieser Transportbude, Zügelbude gearbeitet, im Lager. Und dann ist hier der Sekretär vom Direktor durchs Lager gelaufen und hat mich gesehen auf der Leitere stehen. Und hat gesagt, das Wetter werde schön, der Affe sei am Steigen. Dann habe ich ihn gefragt, ob er dann auf haarige Füdle sticht. Dann ist er verrückt geworden.